Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal was Spezielles und zwar hat Tanzab, also Zuschauer von mir, mir einen Jump'n'Run in Minecraft gebaut. Hat mich quasi herausgefordert, es gab den ein oder anderen Bruch. Ihr werdet es dann sehen. Wenn euch die Videos gefallen, lasst ja gerne Abo, Like und Kommentar da. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, da bin ich doch. Okay. Oh nee, ne. Hallo Timmy Turner, ich bin Tanzab und ich habe nur für dich einen neuen Jump'n'Run gemacht. Eine Stunde. Ich hoffe, es ist möglich, aber es wird alles getestet. Also das hier wird mich erbrechen. Oh mein Gott. Tanzab, was denn das? Achso, ich bin runtergefallen. Ey, es geht jetzt schon los. Okay, okay, okay. Ja, ich habe eine Weile kein Minecraft mehr gespielt. Oh, ich bin zu weit gespielt. Wie er zuschaut da unten. Das gibt es da nicht. Einfach. Oh mein Gott, Tanzab. Och nö, Digga. Der ist ekelhaft, der Sprung. So. Oh Mann, ey. Der Sprung, der Sprung wird mich brechen. Ich weiß jetzt schon. Ich weiß nämlich nicht, wie der geht. Ich weiß vor real nicht, wie der geht. Ey, aber jetzt mal ehrlich, Tanzab, ist der Sprung machbar? Da war gerade eine Fliege bei mir auf dem Tisch, deswegen musste ich kurz die verscheuchen. Das war jetzt kein Ausraster. Ach, Digga, Mann. Guck mal, wie lang diese Jump'n'Run geht. Tanzab, wieso lässt du mich denn wieder ganz runterfallen, wenn ich da hinten runterfalle? Ich sehe es jetzt schon. Du musst auch Stages einbauen, Bro. Du kannst doch nicht eine ganze Map machen, wo ich ohne Fehler durchkommen muss. Eine Weile. Ach, Mann, ey. Dann sind das noch so kack kleine Sprünge, wirklich. Nicht mehr Checkpoints. Ich glaube, es ist besser für uns alle tatsächlich. Ach, Mann. Ich will aber auch einfach immer zu schnell durch. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich weiß es nicht. Drei Checkpoints. Okay. Soll ich diesen Sprung einfacher machen? Nee, nee, alles gut. Wird einfach die Map, während ich spiele, noch modifiziert, ey. Ach, Mann, ey. So ein Kackspiel. Wunderschöne Map. Oh, let's go. Okay, okay, okay. Ey, Tanzab, Bro. Was ist denn das? Also, was soll denn die Scheiße? So, er ist jetzt mein Glücksbringer. Er denkt so. Bruder, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich habe doch gerade fast geschlafen. Was machst du denn, Bruder? Ich kann das nicht. Guck mich mal an. So voll ist das. Er hat gerade seinen kompletten Kopf hier reingesteckt. Ihr müsst euch mal überlegen. Guck mal, das ist echt nicht groß, ne? Er hat gerade seinen kompletten Dings hier reingesteckt und hat getrunken. Ey, Mann. Tanzab, ich habe hier wirklich das Problem. Ich werde den Sprung nicht schaffen, Bro. Hä, Tanzab, Bruder, kannst du mal hier reingucken? Ja, und dann? Hä, und dann? Also, wo soll ich denn hin? Hoch. Ja, Bro, wie soll ich denn hier hoch? Hier ist doch nichts. Hä? Och, Mann. Oh. So, aber Tanzab, Bro. Wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Hallo? Oh, mein Gott. Alter. Okay. Ist das geisteskrank? Ist das geisteskrank? Dinger. Verdient. Also, hör mal. Also, hör mal. Ey, Mann. Wirklich. Ich dachte, da kommt jetzt irgendein Gegenstand raus. den ich hier verwenden kann, verdammte. Na, natürlich bin ich neugierig. Ah, Mann, ey. Wirklich so eine Scheiße hier. Dinger. Also, Tanzab, kann ich diesen Sprung schaffen oder nicht? Hatte ich vorhin auch ein Boot im Inventar? Ja? Ich habe es nicht gesehen. Das sind Schalker-Boxen. Das checke ich schon. Hey, Tanzab, ne? Also, Tanzab, du willst mich doch wirklich... Also, du willst mich doch wirklich... Also, du willst mich doch hops nehmen. Das ist ja geisteskrank. Hilfe. Bro, ich bin doch niemals so schnell. Tanzab, ich werde das niemals schaffen. Wie soll ich denn das schaffen? Ey, wie soll ich denn das... Also, Tanzab, for real. Wie soll ich das schaffen, Bro? Also, wenn du so einen Sprung so machst, okay. Aber du machst... Junge. Ich komme da nicht mal hoch. Also, guck mal. Ich drücke drauf. Ich... For real. Ich komme da nicht mal hoch. Also, ich kann ja hier nicht einfach... Okay, lass mich kurz probieren. Okay, ich habe da einen Weg. Okay, okay, okay. Tanzab, hast du das schon... Hast du... Also, Tanzab unter uns... Hast du es geschafft? Ja? Ey, Mann, ey. Ich werde hier in so ein schlechtes Licht gerückt, ey. Tanzab, mach mal, komm. Mach mal vor. Okay. Ich verstehe es. Ah, ich verstehe es auch nicht. Äh, ich glaube, ich könnte es schaffen, Tanzab, mit ein bisschen, mit ein bisschen... Wenn du mir vielleicht einen Punkt dazwischen hinmachen könntest. Einen. Ja, guck mal, ey. Ja, okay. Tanzab, ey, es tut mir doch leid, dass ich dein... Dein... Alter, hat er mich gerade mit Absicht zu hops genommen? Und wie soll ich hier hochkommen? Äh, er macht die, er macht die... Noob sicher. Aber, ey, ist das krass. Nein! Äh, komm an! Tanzab, ich habe sogar die Leiter geschafft. Ey, Mann, du, wirklich. So eine Scheiße. Ah, meine Fresse, Alter. Ach. Oh, Tanzab, ich habe es geschafft. Was war denn die Scheiße jetzt eigentlich schon wieder? Oh, Dekka, das ist schon wieder... Hä? Also, dann machen wir es nochmal. Können wir kurz darüber reden, Tanzab? Ist alles in Ordnung bei dir? Ach, du heilige Scheiße. Ist aber actually cool, eigentlich. Ich habe nur drei Pfeile? Oh, mein fucking Gott, Alter. Oh, das kann nicht wahr sein, wirklich. Ey, come on, Alter. Na klar, jetzt bin ich wieder hier. Ah, ich bin... Ich hatte hier ein Bett. Oh, mein Gott, Alter. Ich werde von ganz oben runterfahren. Wir wissen es bei allen, ne? Wir wissen es wirklich alle. Einfach nicht... Oh, einfach nicht nach oben gucken. Tanzab wird eh irgendwas eingebaut haben. Junge, Tanzab, wie hoch? Bro. Acht. Oh, mein Gott, da war es fast so weit. Da war es auch wieder fast so weit. Ach, Mann, ich will nicht mehr. Ah, lass mich rüber. Oh, mein Gott, Alter. Warte mal, Tanzab, geht es noch weiter? Ach, du heilige Scheiße. Ja, es geht weiter. Ich habe eine Leiter. Tanzab, was muss ich denn machen, Bro? MLG mit der Leiter? Oh, Bro, gib mir doch Wasser. Okay, Tanzab, dann mach mal vor. Ich sehe, wie gut das geht. Komm, ich mache es mal kurz vor. Tanzab, also, wie genau hast du dir das vorgestellt? Oh, mein Gott, ich habe sogar die Ding gesetzt bekommen. Ich bin nur runtergefallen. Okay, das ist auf jeden Fall machbar. Aber das ist... Also, wie hätte ich denn das ohne Ding schaffen sollen? Let's go! Einfach der beste Minecraft-Spiele. Tanzab, ich will hier nicht drauf. Ehrlich nicht, ich werde jetzt sterben. Okay, wir müssen kurz die Reihenfolge checken. Einer ist falsch. Ehrlich, Tanzab, ist einer falsch? Erzähl mir nicht, dass einer falsch ist. Wirklich. Ey, ist das so geisteskrank. Ey, wirklich. Jetzt darf ich das nochmal machen. Er scheint doch so ganz trocken. Damit ich mich da erstmal reinfinden kann. Oh, mein Gott, Alter. Okay. Der war falsch. Wo ist denn der letzte, Mann? Oh, mein fucking Gott, Alter. Ey, das ist richtig ekelhaft. Ah, ich hab ihn schon getroffen. Ah, lol. Ich hab's geschafft, oder? Ein Geschenk. Wow, du hast das wirklich geschafft. Rate mal, was du bekommst. Unter der Erde ist ein Geschenk in der Kiste. Ach, du Scheiße. Das ist so geisteskrank, ne? Ja, Tanzab. Ey, aber ehrlich, vielen, vielen Dank, Mann. Hat, auch wenn's ein bisschen brüchig war, hat's Bock. Das war's, ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017